Oh mein Gott und hi zum ersten Bezember Video in diesem Dezember 2015! Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, werde ich dieses Jahr wieder ein Bezember machen. Wenn ihr nicht wisst, was der Bezember ist, guckt einfach mal in die Infobox. Da ist das Infovideo, da ist alles erklärt, was hier überhaupt alles abgeht jetzt im Dezember. Und zwar werde ich in diesem Video wieder eine Zahl oder einen Buchstaben verstecken. Und den müsst ihr euch auf jeden Fall aufschreiben und bis zum 24. alle Zahlen sammeln, damit ihr natürlich den Hauptgewinn, den zweiten Gewinn oder den dritten Gewinn gewinnen könnt. Aber in diesem Video gibt es natürlich noch eine Verlosung, also nur speziell für dieses Video. Und das Einzige, was ihr tun müsst, ist einfach das Video bis zum Ende angucken und gucken, was ihr tun müsst. Aber hier auch direkt aufzureden, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Aber achtet auf jeden Fall auf die Zahlen oder auf den Buchstaben in diesem Video. Und ich sage da mal... ARD Text im Auftrag des ZDF Kontakt Oh, and you smile, smile girl Yes, I know why I made you my world I'd walk from my house across the earth Just to be with you and put you first Cause I think that I've found The reason I stay around And even if we're going down You can be the girl I keep around The girl I keep around The girl I keep around Cause I keep around Yeah, 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 yeah The girl I keep around And I know that we've got this disbelief That this is how it turned out Yeah, you make all these tears appear to melt Made it here somehow Oh, and you smile, smile girl Yes, I know why I made you my world I'd walk from my house across the earth Just to be with you and put you first Cause I think that I've found The reason I stay around And even if we're going down You can be the girl I keep around 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 Yeah, 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 yeah Girl, I keep around I just wanna leave with you Thoughts in my head of what we can do So baby, come get down with me I'm not giving up, I can't let you free Cause I think that I found The reason I stay around And even if we're going down You can be the girl I keep around The girl I keep around Standing still, surrounded by Salt and streaming off the sky Wanna hide, wanna fly away And all the truth will take us to Different places of our youth Wanna be somewhere else Fly, fly away, fly away Fly to the places of our dreams Fly, fly away, fly away Fly, fly away When our feet lost the ground, we were standing on When our heart lost the beat, we will be born When our ears lost the sound, we were leaning on When our eyes lost the light, we will be gone Fly, fly away, fly away Breathing in, we cause we're young Feel it running through our lungs Now we hide, now we fly away Now we hide, now we fly away And all that trip took us to Different places of our youth Now we are, are somewhere else Fly, fly away, fly away Fly, fly to the places of our dreams Fly, fly away, fly away Fly, fly away Fly, fly away Fly, fly away When our feet lost the ground, we were standing on When our heart lost the beat, we will be born When our ears lost the sound, we were leaning on When our eyes lost the light, we will be gone Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Because all this time You were invisible The way we feel Is unpredictable You made this Unforgettable All this time All this time Und das war's auch schon mit dem Video Neige, nagelneue Beatspill für euch Diese Verlosung geht an meine Abonnenten Und das Einzige, was ihr dafür tun müsst Ist dem Video einen Daumen nach oben zu geben Und mir in die Kommentare schreiben Warum gerade du diese Beatspill brauchst Oder haben willst Oder geschenkt haben willst Was weiß ich Sei kreativ Schreib's uns in die Kommentare Und in einer Woche Wird der Gewinner Dieser Beatspill Dann auch hier In der Infobox Bekanntgegeben Werdet es aber natürlich Überall noch bei Twitter Und Facebook posten Damit ihr es nicht verpasst Und ja Ich wünsche euch Ganz, ganz, ganz Ganz viel Glück dabei Und ich hoffe Euch hat das Video gefallen Es würde mich riesig freuen Wenn dir die Video Einen Daumen nach oben geht Wenn euch das Video gefallen hat Und ich sage da mal Bis zum 4. Dezember Da ist nämlich Das zweite Video Und ich wünsche euch Bis dahin Schöne Tage Und bis dann Tschüss